Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe heute das gute Stück bekommen. Ausgepackt, Software installiert, Maus angeschlossen. Hat alles tadellos funktioniert. Sie ist für große Hände so wie meine gute eignet. Gute Griffigkeit-Tasten haben einen guten Druckpunkt. Mausrad ist auch okay. Die Mauskabel ist ummantelt mit Stoffgewebe-Zubehör, Maustasche, Gewichte, Software und Bedienungsanleitungen und die Software lässt sich problemlos bedienen. Die Gleiter unter der Maus sind gut, gleitet super leicht übers Mausbitt also alles in allen kein Fehlkauf bis jetzt. Entscheidend ist jetzt die Haltbarkeit der Maus und darauf bin ich mal gespannt. Hatte vorher eine Speedlink-Dekos diese lag auch gut in der Hand aber das war's dann auch schon. Software funktionierte nicht, Silikon-Oberfläche fing an sich nach einem Jahr zu lösen und ist im Gegensatz zur Logilink schwerer gewesen. Also die Logilink Q1 Evolution ist eine echte Kaufempfehlung. Daumen hoch. P. S. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. S. Mausutz otaatim